Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute schauen wir uns NPM an. Das hatte ich ja schon in dem Node.js-Video versprochen. Falls ihr das nicht gesehen haben solltet, das Node.js-Video, dann ist das hier dringend Voraussetzung führen. Denn ihr könnt NPM nur benutzen, wenn ihr es auch installiert habt. Wow, was für eine Überraschung. Und ja, wir installieren heute nicht nochmal irgendwas Neues, das haben wir wie gesagt schon gemacht. Was ich gemacht habe, ist im Endeffekt erstmal nur meine Entwicklungsumgebung gestartet und sonst gar nichts. Das ist ein leeres Projekt, da ist nichts drin, da ist gar nichts. Und was ich jetzt mache, ist als allererstes mal, naja, ich hole mir halt hier eine index.html-Datei. Cool. Okay, hier schreibe ich mal ganz kurz was rein, was relativ langweilig ist. So, und damit habe ich einfach nichts weiter getan als eine sehr leere Webseite generiert. Die, wenn ich sie hier starte über diesen Button, also in Chrome, mir anschauen möchte, beziehungsweise ich kann natürlich jeden Browser hier benutzen, ja. Aber wenn ich sie mir in Chrome anschauen möchte, sieht das Ganze so aus. Okay, also sehr unspektakulär bisher, aber jetzt kommt natürlich NPM dazu. Wir hatten ja auf meinem Kanal schon mal mit jQuery gearbeitet. Das ist eine Bibliothek in JavaScript, die nutzt man normalerweise für Frontend-Entwicklung. Und ja, wir bleiben jetzt erstmal bei Frontend-Entwicklung. Ihr könnt natürlich auch Module in Node.js dann verwenden für Backend-Entwicklung. Das ist, wie gesagt, aber eine separate Tutorial-Reihe und die will ich hier ganz kurz ein wenig ausklammern. Wir machen jetzt erstmal NPM einfach nur so, wie man das Ganze verwenden kann. Es gibt so viele Arten, wie ihr das verwenden könnt. Hier einmal, wie ihr einfach eine JavaScript-Bibliothek sinnvoll da reinembeddet und dann auch hier in euer Projekt reinembeddet. Okay, also was soll ich jetzt tun? Naja, ganz einfach. Ihr könnt jetzt hier im Terminal unten, das ist in meinem Fall das Windows-PowerShell-Terminal, aber wie gesagt, das geht unter allen Plattformen gleichermaßen, könnte ich hier ganz einfach hergehen und eine Bibliothek installieren. NPM install. So, und es gibt verdammt viele verschiedene Möglichkeiten hier oder verschiedene Sachen, die ihr hier installieren könnt. jQuery ist nur eine von mehreren Hunderten, mehreren Tausenden Bibliotheken. Es gibt dieses Meme, dass jede Minute eine neue JavaScript-Bibliothek rauskommt und so fern von der Realität ist das leider nicht. Okay, das heißt, wenn wir hier NPM install jQuery machen, dann wird mir das hier installiert. Das muss ich jedes Mal machen, wenn ich ein Projekt verwende, denn ich habe hier nicht NPM install jQuery global gemacht, sondern ich habe es eben ausschließlich hier in meinem aktuellen Projekt installiert. So, wenn ich mir das jetzt hier oben angucke, das muss ich immer noch aktualisieren, also klickt da einfach drauf, dann ist es da, dann sehen wir hier einen Ordner Node-Modules. Das hört sich jetzt mega kompliziert an. Was im Endeffekt hier passiert, ist folgendes. Ich habe mir jetzt von jQuery das Node-Modul runtergeladen, sprich über NPM, was im Endeffekt nichts anderes ist als der Node-Package-Manager, sprich Paketquellenverwaltung für JavaScript. Und jetzt habe ich hier im Endeffekt einen Ordner jQuery. Das ist ja das Modul, was ich gerade installiert habe. Ich kann natürlich so viele Module installieren, wie ich möchte. Ich kann jetzt auch noch, keine Ahnung, modal installieren und noch 100 andere. Und ja, dann kann ich hier mal aufklappen. Dann sehen wir hier, das ist im Endeffekt eigentlich das komplette GitHub-Repository so gefühlt. Jetzt muss ich natürlich mir überlegen, was genau brauche ich hiervon? Naja, zunächst mal readme, nicht so sehr. Package.json, auch nicht unbedingt. Bowser.json, in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt. Distribution, ja, da wird es schon interessanter. Das heißt, hier finden wir die Sachen, die ich wirklich brauche. Und hier finden wir auch einmal die jQuery.js. Das ist die Datei, die jQuery beinhaltet. Hier finden wir einmal die Minimize.jQuery-Variante, die man dann natürlich normalerweise mit in den Browser reinpackt, weil das einfach sehr, 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 sehr kleiner Code ist. Alles absolut minified. Also Funktionen haben dann nur noch ein Buchstaben etc. Und dadurch haben sie natürlich weniger Platz, den man sich auf Mobiltelefon zum Beispiel runterladen muss. Also das hier schon relativ sinnvoll. Und dann gibt es sogar noch die Slim-Variante. In External findet ihr allerdings ein bisschen was anderes. Das heißt, da ist auch noch eine Bibliothek drin, die verwendet wird von jQuery. Die brauchen natürlich auch Abhängigkeiten. Und in SRC findet ihr eben noch weitere Quellen, die dann eben hier mit reinverwendet werden. Aber was wir eigentlich brauchen, ist natürlich hier die jQuery-min.js. So, was ich jetzt also mache, ist, ich bette die ein und ich ziehe mir die einfach mal hier so rein. So, und dann habe ich hier eben die Node-Modules fertig drin, sozusagen. Und ja, kann die hier auch eigentlich verwenden. Okay, jetzt hat mir meine IDE das Ganze in den Head reingepackt. Hier will ich ganz kurz mal anmerken, was eigentlich der Unterschied zwischen JavaScripts im Head und im Body ist. Wenn es im Head drin steht, dann muss es geladen sein, bevor die Webseite fertig ist mit Laden. Also das heißt, das JavaScript muss geladen werden und davor seht ihr nichts hier drin. Das ist natürlich gerade, wenn man irgendwie Laufzeiten oder Rendering-Zeiten sparen möchte, nicht so geil. Deswegen packt man die JavaScript-Skripts eigentlich normalerweise ans Ende vom Body. Außer ihr braucht das Ding während euer Body lädt. Dann natürlich in den Head, aber ansonsten, wie gesagt, ans Ende vom Body, da ist es besser aufgehoben. So, und ja, soviel dazu. Jetzt haben wir jQuery hier drin. Jetzt will ich natürlich hier noch ganz kurz eine Verwendung für jQuery machen. Und ja, wir benutzen hier jQuery als Beispiel, weil ich, wie gesagt, dazu schon eine Tutorial-Reihe habe und ihr euch die gerne angucken könnt. Aber im Endeffekt geht das mit jeder Bibliothek natürlich genauso. Also wir machen hier mal einen Dollar von this. .toggle .toggle So, und das war es schon. Also im Endeffekt nichts Spannendes hierbei. Jetzt klicke ich hier einfach mal, beziehungsweise gehe ich hier mal in den Browser und wenn ich jetzt hier draufklicke, wow, dann verschwindet das Ganze. Es hat also funktioniert. Das heißt, wir haben erfolgreich jQuery hier eingetragen in unseren Code. Und ja, ich weiß, die Website ist absolut nicht spektakulär, aber ich wollte euch zeigen, wie ihr mit NPM Sachen installieren könnt, beziehungsweise Sachen auch verwalten könnt. Und im Endeffekt ist das auch schon alles. Das heißt, ihr braucht nichts weiter als NPM zu installieren und dann könnt ihr euch jede beliebige Bibliothek in JavaScript installieren und dann natürlich auch entweder in euer Backend, sprich in eurem Node.js Code reinpacken oder in euer Frontend reinpacken. Das funktioniert genauso auch mit CSS-Dateien. Davon gibt es auch einen ganzen Haufen in NPM natürlich drin. So, ja, selbstverständlich ist das noch nicht alles. Ich habe zum Beispiel hier noch gar nicht die Package-JSON angesprochen. Das ist die Package-JSON von Node-Modules, aber eben, oder von dem, was wir hier installiert haben. Aber eigentlich wollen wir hier die Package-JSON auch selbst ein wenig angeben und darum geht es dann im nächsten Video. Bis dann. Normalerweise 7 4 9 12